Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ja, das war mein Bauch. Ich hab Hunger. Super startet dieses Video. Heute ist eine neue Box bei mir eingetroffen und ihr habt mich auf so vielen Instagram-Posts verlinkt. Ihr habt mir die zugeschickt. Ihr habt es quasi unter fast jedes Unboxing von irgendeiner Abo-Box drunter geschrieben. Mensch Claudi, willst du nicht mal die Goodie-Box austesten? Und hier ist sie. Okay, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Goodie-Box, die ist neu. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon die dritte, die es jetzt hier bei uns in Deutschland gibt. Kommt aus Dänemark und die Goodie-Box hat so als Mission, uns Frauen oder den Abonnenten dieser Beauty-Box so ein bisschen mehr Me-Time zu gönnen. Das heißt, dass du dich quasi, also komplett vom ganzen Boxen-Konzept her und nicht nur von einer speziellen Motto-Box, sondern im Gesamten, sag ich mal. Jedes einzelne Produkt soll dich quasi dazu animieren, einfach mal ein bisschen mehr Selfishness, ein bisschen mehr Egoismus in dein Leben zu lassen. Denk an dich und gönn dir einfach deine Zeit. Es ist so, dass wir Frauen, ich sage jetzt einfach mal, wir Frauen, auch wenn ich weiß, dass ein paar Männer hier zugucken, aber ich sage das jetzt einfach mal. Das ist einfach ein Klischee und ich sage das jetzt einfach mal, okay, ich glaube, da ist mir jetzt keiner böse drum. Aber klischee-mäßig, wir Frauen sind da doch etwas anders als Männer manchmal einfach tatsächlich. Also ich bin zwar noch keine Mama, ich bin Hundemama, aber irgendwann werde ich ja auch eine Mama-Mama sein, dass ich ein Kind habe. Es ist einfach so, dass man sich einfach für alle aufopfert. Man macht und tut, man kümmert sich um alle. Das ist halt so ein typisches Frauen-Ding, dass Frauen kümmern sich. Das ist so ein, ne, wir wissen das, wir kennen das, wir sind Frauen, wir wissen das. Es ist so, wir Frauen, wir kümmern uns immer und wir opfern uns grundsätzlich auf. Es ist aber total problematisch, weil man einfach sich selber dabei vergisst und das sollte man nie tun. So, deswegen fand ich dieses Konzept von der Goodiebox total cool. Und ich hatte die Goodiebox jetzt auch schon das ein oder andere Mal bei meinen YouTube-Kolleginnen gesehen und fand die auch echt cool. Und dann hatte mich jetzt jemand von der Goodiebox angeschrieben und gefragt, ob ich sie nicht mal testen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, zeig mal. Und schwupps, jetzt habe ich sie hier und kann sie auch dann mit euch zusammen testen. Ich labere schon wieder, ne? Ja, also, wie schon gesagt, das ist eine Beauty-Abo-Box und die kostet 19,95 im Monat, wenn du die abonnierst. Und ja, hat aber immer ziemlich hohe Werte drin. Also, die liegt immer über 65 Euro, glaube ich, vom Gesamtwert der Produkte. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen rein. Wir haben hier so ein wundervolles Design, was quasi auch in dem Sinne eine Schublade ist. Was für mich halt perfekt passt, weil ich habe hier hinter mir auch ganz viele Schubladen. Das heißt, wenn ich da vielleicht ein paar mehr von habe, wird sich da ein wunderschönes Bild ergeben. Vor allem, weil du hier vorne auch immer wieder ein wechselndes Design hast. Und jetzt gucken wir einfach mal rein. Und hier haben wir den ersten Blick. Das ist das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Me, myself and I. Das ist das Thema. Und das finde ich auch so, so schön. Ich meine jetzt auch mal, ich habe ja eben schon so viel gelabert. Aber vor allem jetzt auch so nach der Weihnachtszeit, wo man ja auch diese ganze Liebe versprüht hat. Und ja auch in dem Sinne immer so familiär und so weiter. Jetzt darf man auch mal an sich denken. Darf man generell. So, hier sind die ganzen Produkte abgebildet. Und ja, auch tatsächlich mit den Preisen. Und hier steht tatsächlich auch ein Grußwort drin. Einmal im Monat verreisen. Jeden Morgen mit einer Joggingrunde beginnen. Auf Zucker, Koffein und all die Dinge verzichten, die dir sonst den Tag versüßen. Nein. Bitte nicht. Das neue Jahr ist da, in das wir oft mit Vorsätzen starten, die nüchtern betrachtet ziemlich unrealistisch sind. Ganz genau. Wie wäre es, wenn du 2020 anders angehst? Einfacher. Ja. Indem du dir vornimmst, nur Dinge zu tun, die dich happy machen. Und das so oft es geht. Das ist tatsächlich auch mein Vorsatz für 2020. Glücklich sein und glücklich bleiben. Das ist so der einzige Vorsatz. Und er ist einfach. Wirklich einfach. Wobei eigentlich nicht so einfach, oder? Weiß ich nicht. Wenn wir schon dabei sind, wann hast du dich zuletzt nur auf dich konzentriert? Schon etwas her, oder? Hm. Wir wollen dir dabei helfen, dich selbst in den Fokus zu rücken, weil wir wissen, wie gut es dir tun wird. Hm. Deshalb haben wir eine Box nur für dich zusammengestellt. Basierend auf deinem Beauty-Profil haben wir Produkte ausgesucht, die deine Haut beruhigen, entspannen und ihre natürliche Schutzschicht stärken. Lass die Erwartungen los und gönn dir mit dieser Box eine extra Portion your selfishness. Me, myself and I danken dir. Mit viel Liebe von Saskia, Freya, Christine, Katrin, Anders und Adrian von Team Goodiebox. Vielen, vielen Dank. Finde ich total persönlich auch geschrieben, dass dann auch die Namen erwähnt werden, ne? Von den Jungs und Mädels, sage ich mal. Hier haben wir ein Seidenpapier mit einem Klebi, den wir einmal öffnen. Finde das total spannend. Dann. Oh, rosa. Leute, das ist schon mal voll meins, ne? Oh, geil. Okay, mit was fangen wir an? Mit einer Handcreme. Okay, ja, Handcreme hatte ich jetzt ja in so gut wie jeder Abo-Box drin, die jetzt dieses Jahr im Januar kam. Von Dr. Botanicals Moroccan Rose Nourishing Handcreme. Okay, das ist aber voll meins. A lightweight moisturizing cream, formulated with coconut oil. To hydrate and nourish the skin. Ja, vegan-friendly. Das ist freundlich zu Veganern. Ja, nee, das ist cruelty-free und vegan. Ja, ne? Handcreme habe ich einige. Um das mal so zu sagen. Design-technisch ist es natürlich der Hammer, ne? Finde ich total hübsch. Rose, voll meins. Also, das ist auch eine Handcreme, die ich verwenden werde und nicht weitergeben werde. Oh, die riecht schon so geil. Oh, zart nach Kokosnuss. Komme ich mit klar. Bin kein Kokos-Fan. Überhaupt nicht. Ist auch noch zu. Aber die riecht schon so geil. Oh, die, ne? Das freut mich. Das mag ich. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Und wenn die halt wirklich so richtig feuchtigkeitsspendend und reichhaltig und toll ist. 1A. Ne? Und wenn die dann auch nach Rose riecht, dann ist es meins. Ist auch ein riesengroßes Produkt. Also, da sind 50ml enthalten. Finde ich richtig klasse. Doch, das gefällt mir schon mal. So. The Dare to Say No Perfume. Okay. Da ist schon mal ein Mini-Kärtchen drin, dass hier ein Parfüm ja quasi auch mit drin ist. Und hier haben wir das passende Parfüm dazu. Von Zarco Per... Hä? Zarco Perfüm. Purple Molecule. Hä? Oder Parfüm. 5ml sind hier enthalten. Und das ist so ein kleiner Mini-Zerstäuber. Das finde ich süß. Ne? Deckelchen konnte man abnehmen. Das mache ich mal hier so drauf. Oh, das riecht richtig schön blumig. Hat aber so ein leicht... Ja, sehr, sehr blumig. Leicht süßlich auch mit dabei. Fruchtig. Oh, sehr, sehr angenehm. Das riecht voll gut. Oh, das riecht echt gut. Das gefällt mir. Das finde ich klasse. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet, aber so eine Parfümprobe mit dabei finde ich cool. Das ist echt ein toller Duft. Das kann ich mir auch gut vorstellen, das einfach überall zu tragen. Sowohl im Alltag. Und dann hast du das drauf und du riechst das. Und du fühlst dich einfach wie auf so einer Blumenwiese. Kannst dich kurz so einen kleinen Moment einfach wegdenken. Finde ich klasse. Das gefällt mir. Das finde ich schön. Als nächstes haben wir von Nao Bay. Da hatte ich letztens tatsächlich aus meinem Glossybox Adventskalender vom 2018, glaube ich, noch ein Produkt in der Hand von Nao Bay. Richtig cool. Ich weiß nicht, was Tigernüsse sind, muss ich gestehen. Das weiß ich nicht. Aber mit Reis, das ist auch sehr pflegend für die Haut. Und für mich sind Masken die Me-Time schlechthin. Also im Badezimmer brauche ich nicht lange unter der Dusche. Also ich brauche da nicht lange, wenn ich da stehe. Wirklich nicht. Also das Wasser läuft bei mir nicht lange. Aber die Zeit davor und danach wird bei mir zelebriert und genossen. Und da verwende ich dann auch gerne eine Gesichtsmaske. Und creme mich vorsichtig und langsam ein. Und habe da einfach so ein bisschen Me-Time. Und bin da ganz tiefenentspannt. Habe da einfach meine Zeit des Tages, die nur mir gehört. Und da dann so eine Maske zu, finde ich auch richtig klasse. Und weil es halt so ein großes Produkt ist, hast du da auch ganz oft ein Me-Time-Moment von. Finde ich super. Eine regenerierende Maske. Gesichtsmaske für normale und empfindliche Haut. Habe ich, brauche ich, richtig gut. Enthält beruhigendes und erfrischendes Orangenblütenwasser. Und eine Kombination aus Reis und Erdmandel und Aprikosenölen. Okay, also diese Tiger Nut ist dann wahrscheinlich eine Erdmandel. Keine Ahnung, was das ist. Die der Haut feuchtigkeitsspendende Fettsäuren und antioxidatives Vitamin E liefern. Auf die trockene Haut auftragen und mindestens sieben Minuten einwirken lassen. Gründlich mit viel Wasser abspülen. Kann ich mir vorstellen, dass man das verwendet quasi, bevor man unter die Dusche hüpft. Und dann kann man das so sieben Minuten einwirken lassen. Oder noch länger. Liegt dann so ein bisschen rum. Steht rum, sitzt rum, keine Ahnung. Und dann macht man das so ab und hat dann wundervolle Haut. Finde ich richtig klasse. Da freue ich mich drauf. Kann man die riechen? Kann man. Und das ist so eine weiße, dicke Geschichte. Aber ich rieche jetzt leider nur das Parfum gerade, was nicht leider ist, sondern Gott sei Dank, weil es riecht echt geil. Aber freue ich mich drauf. Richtig geil. Und das hier kann man dann wahrscheinlich verwenden, bevor man die Maske aufträgt. Nämlich von Glove, die Moon Pads Reusable Makeup Remover Pads 2 Pack. Ja. Hatte ich letztens auch in der anderen Box tatsächlich mit drin. Aber die habe ich schon verwendet. Aber die habe ich schon verwendet. Und die finde ich voll geil. Da habe ich euch das Material Flauschi beigebracht. Denn das ist so dermaßen flauschig. Da sind zwei Pads drin und die sind so dermaßen flauschig. Das finde ich so schön. Also die, vorsichtig, fertig. Richtig geil. Cool. Finde ich auch nachhaltig. Das gefällt mir richtig gut. So, und als letztes haben wir hier drin von The Cure Stockholm. Ein Rejuvenating Serum. Also das soll quasi die Jugendlichkeit wieder in dein Gesicht reinpacken. Äh, ja. Healthy, balanced and glowing skin. Finde ich auch richtig schön. Und das wird bestimmt sackteuer sein, wenn das so krass eingepackt ist. Ich meine, ne? Acht Milliliter sind hier enthalten. Das machen wir doch mal auf. So eine riesen Verpackung für so ein kleines Produkt. Das muss ein teures Produkt sein. Morgens und abends nach der Reinigung das leichte Serum sanft auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Danach feuchtigkeitsfähige verwenden. Ich verwende jeden Morgen und jeden Abend ein Gesichtsserum, weil es mir einfach gut tut. Mensch, das waren doch schon mal ganz coole Produkte. Also ich freue mich wirklich drauf, alle Produkte zu verwenden, zu testen. Und einfach so ein bisschen Me-Time zu gewinnen. Ja, ne? Richtig klasse. Wenn dich die Box interessiert, dann schau einfach in meiner Infobox vorbei. Da habe ich dir alles entsprechend drin verlinkt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!